Tja, ihr Lieben, grüße euch recht herzlich zum nächsten Trailer um 12.35 Uhr am 12.04.2020. Ja, das Bild, das ihr hier seht, das hat mir die Marie-Louise zugesandt. Vielen Dank an der Stelle und in dem Zusammenhang möchte ich auch was machen im Hauptfilm, nämlich, ja, dass diese also verfluchte Ungewissheit mir schon ziemlich zusetzt und noch einiges mehr, wer es denn dann schauen möchte, wieder sehr gerne bei VK, bei Bitchute und die sich den Trailer bei Wet News TV anschauen, wisst ihr ja, Link kopieren, Browserzeile einfügen und ab geht's zum Hauptfilm, dann bis gleich hoffentlich, tschüss.